Musik So, ich vergesse weg. Musik Wenn Sie mich auf Instagram anschauen, wissen Sie, dass ich gerne schreibe. Daher habe ich diese Videos, diese Vlogs, habe ich nicht gezeigt, wie ich schreibe, um eine schreibe. So, diese schreibe ich über mich, schreibe ich Jan Juricic, einer meiner Team. Aber bevor ich anfangen, lass mich erklären, warum ich seine schreibe. So, in der Team, jeder hat eine Aufgabe. Jeder hat die Musik, jemand anderes hat die Glühle, jeder hat etwas zu tun in der Team. Mein Job in der Team ist, dass wenn jemand ein Birthdayer hat, ich mache seine Charikature, das wird mir gezwert und gezwert. Jürke ist 23 Jahre alt, so ich muss seine Charikature machen. So, ich weiß nicht, warum ich meine Prozess, indem ich die Charikature schreibe. Let's start! First, ich sage etwas. Das ist nicht mein Buch, ich habe es nur ein Buch. Ich habe es einfach mit einem Schreibe. Aber für Jürke, ich denke, ich werde etwas anderes probieren. Ich werde mit den Augen, dann die Nose, die Mouth und so weiter. Ich werde ein paar Minuten von deinem Leben und ich werde einfach den Video bis zum ersten Mal wiedersehen. Ich werde mit den Augen ausgelachen. Jetzt werde ich das erste Membranchen ausprobieren. Jetzt werde ich das erste Mal ausprobieren. Jetzt werde ich ein Black Pen und ein paar Klein-Line ausprobieren. Once the clean lines are done, I'm just gonna take a picture with my phone and send it over to my iPad to the app that I'm using to draw. Once I'm in the app, I always do the same process, I try to get the right skin color and then I'm laying some shadows over the skin colors and then doing the eyes, the mouth, the teeth. Once it's done, I'm adding some more shadows to the whole drawing and after it, I'm just adding some highlights to make it more vibrant and that's pretty much it. I hope you liked this video, I know it's something different that I do usually, but since I like to draw and to make videos, I wonder why not make a video to combine the two things I like to do besides handball, of course, so yeah, let me know in the comments how you like my drawing and don't hesitate to ask me some questions, I will try to answer them, peace! And I will try. Thanks for taking this video. Bye! 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 Bis zum nächsten Mal.